Wir wollen uns jetzt mal das Thema Subnetting in Verbindung mit DHCP-Servern angucken. Zur Erinnerung vielleicht nochmal, der DHCP-Server, in diesem Falle dieser hier, ist ein Gerät, welches eben den DHCP-Dienst anbietet, der dafür da ist, automatisch IP-Adressen an angeschlossene Rechner zu verteilen. Das ist eigentlich das, was man standardmäßig zu Hause immer benutzt, denn in den seltensten Fällen geht man im Heimbereich hin und vergibt feste IP-Adressen an seine Geräte, sondern man lockt sich ein bzw. dockt sich an, bekommt eine IP und alles funktioniert automatisch. Was im Hintergrund läuft, ist ein DHCP-Server, der im Heimbereich üblicherweise in dem Router, in Anführungszeichen, der eben mehr als ein Router ist, integriert ist, im professionellen Bereich aber durchaus schon mal auf einem separaten Server läuft. Das heißt, wir haben hier jetzt diesen DHCP-Server und man kann sich eben angucken, was der tut. Der bietet verschiedene Services an, weil es hier ein allgemeiner Server ist. Also man kann hier sonst was machen, man kann DNS verteilen, man kann einen FTP-Server aufmachen und so weiter. In unserem Fall hier gucken wir uns mal DHCP an. Da muss man den erstmal einschalten, muss ihm sagen, okay, liefere mal einen Service. Was muss der jetzt an Informationen haben? Der muss jetzt an Informationen haben, was er als Default-Gateway mitschicken soll. Das heißt, er soll den Geräten nicht nur mitteilen, welche IP-Adressen sie haben, sondern was das entsprechende Gateway ist, um nach draußen zu telefonieren. Und ferner soll er eben IP-Adressen aus einem gewissen Bereich, das nennt sich dann im Englischen auch gerne mal Pool, verteilen. Und das funktioniert hier so, dass ich ihm eine Start-IP gebe. Also das hier ist die erste IP-Adresse, die er vergibt. Und ich gebe ihm mit, wie viele Adressen er verteilen soll. Das ist die eine Variante. Andere Geräte funktionieren so, dass man denen einen Bereich gibt, in dem man sagt, fang bei dieser Adresse an und hör bei dieser Adresse auf. Bei diesem Cisco-Ding hier sieht es halt so aus, dass ich ihm sage, fang hier an und verteile maximal so viele Adressen. Das heißt, unser Server verteilt IP-Adressen von 192.168.10.10 bis zu 192.168.10.209, also 200 Stück. Damit kommen wir entspannt hin. Das ist eigentlich alles, was ich ihm sagen muss. Klar muss ich ihm noch eine Subnetz-Maske mitliefern, sowieso. In dem Fall habe ich jetzt mal die klassische 24-Bit-Maske genommen, also 255, 255, 255.0. Und das war es im Wesentlichen tatsächlich auch schon. Wir haben jetzt ein Netzwerk, wo alles an einem Switch hängt. Hier hängt noch ein Router dran. Der Router kann dann potenziell ins Internet telefonieren. Ich habe das hier mal durch diese lustige Wolke angedeutet. Das soll jetzt quasi eine Internetverbindung nach draußen sein. Die wird jetzt gerade nicht mit simuliert. Ich habe sie nur so aus Anschauungsgründen mit dazu gepackt. Dem Router habe ich allerdings eine statische IP-Adresse gegeben. Wir haben ja eben gesehen, ich fange bei 10.10 an. Außerhalb dieses Bereichs liegt jetzt der Router mit 10.1. Das ist also ein Bereich, der wird vom DHCP-Server nicht vergeben. Darauf sollte man auch achten. Also wenn man statische IP-Adressen mischt mit DHCP-Dienst, sollte man unbedingt darauf achten, dass diese IP-Adressen, die man da vergibt, nicht im DHCP-Bereich liegen. Das macht immer dann Probleme, wenn man ein Gerät abgeschaltet ist, was eine feste IP-Adresse hat. Dann passiert nämlich gerne folgendes, dass der Server hingeht und sagt, ja okay, die ist ja frei, die vergebe ich jetzt mal. Dann fährt man irgendwann dieses Gerät mit der statischen IP hoch und kriegt einen IP-Adressen-Konflikt. Das ist immer schlecht. Also sollte man darauf achten, IP-Adressen, die man fest vergibt, liegen bitte nicht in dem Bereich, der von der DHCP-Server vergeben wird. So, soweit alles gut. Die Rechner selbst hier, die stehen alle auf DHCP. Das heißt, dieser Rechner hier oben links, der erwartet jetzt gerade als Gateway, eine Gateway-Information, die er per DHCP kriegt. Wenn ich mir das Interface angucke, bezieht er auch seine IP-Adresse per DHCP und ausgegraut eingetragenen Packet-Tracer sind dann immer die, die er jetzt gekriegt hat. Wir sehen also, der PC0 hat jetzt die 10.11 bekommen, der PC1 hat die 10.10 bekommen, der PC3 hat die 10.13 bekommen und der hier entsprechend sollte es dann die 12 sein. Also wir sehen, diese Nummerierung hier folgt jetzt nicht mehr den IP-Adressen. Also wie jetzt die IP-Adressen auf diese Geräte hier zugewiesen werden, ist mehr oder weniger zufällig. Es kommt ein bisschen darauf an, wer zuerst fragt. Das ist auch in der Praxis so. Also ich kann nicht sagen, wer da was bekommt, sondern das geht so ein bisschen der Reihenfolge nach. Also wer sich zuerst meldet, kriegt zuerst die Adresse und dann meistens die tiefste, die noch frei ist. Ja, soweit so gut. Wir sehen, dieses Netzwerk funktioniert prinzipiell. Also ich kann hier durch die Gegend pingen. Alle sind im gleichen Netz. Alles funktioniert in alle Richtungen. Ich kann auch den Router anpingen. Soweit so schön. Das ist so nochmal die Situation, die man eben zu Hause hat. Und jetzt wollen wir das machen, worüber wir in den vergangenen Videos geredet haben. Wir möchten jetzt gerne ein zweites Subnetz haben. Das heißt, wir wollen das Ganze jetzt erweitern. Wir wollen sagen, PC3, PC4 sollen jetzt irgendwie in ein separates Subnetz rein. Und ja, PC0 und PC1 sollen auch in ein separates Subnetz rein. Und jetzt gehe ich mal relativ naiv hin und mache folgendes. Ich nehme jetzt mal einen weiteren Server. Und dann sehen wir eben, dass wir Probleme mit DHCP kriegen. Ich möchte jetzt in diesem Subnetz auch DHCP verteilen. Das heißt, ich brauche einen Server. Dieser Server wird konfiguriert als DHCP-Server. Ich muss den Service anmachen. Nehme jetzt einen anderen IP-Adressbereich. Was relativ geschickt ist, weil es sonst hier zu komischen Situationen kommt, ist, dem erstmal eine IP zu geben. Und zwar gebe ich dem jetzt eine statische IP. Also dem DHCP-Server selbst gebe ich eine statische IP. Und zwar die 1.2.1.6.8. Punkt. Jetzt eben nicht mehr 10, sondern ich will jetzt ein anderes Subnetz. Nehme mal die 11. Und 254. Ich persönlich, aber das ist nicht Standard, gebe dem DHCP-Server hier in den Beispielen immer die höchstmögliche IP im Netzwerk. Dementsprechend hier die 254. Die habe ich ihm jetzt gegeben. Jetzt gehe ich nochmal auf die Services, sage ihm, er soll jetzt DHCP liefern. Und zwar, und deswegen mache ich erst die IP-Adresse des Servers und trägt er hier nämlich netterweise schon alles komplett ein. Er soll jetzt aber bitte bei der Punkt 11, Punkt 10 anfangen und soll auch wieder 200 Clients haben. Das Ganze muss ich safen. Und jetzt sieht man hier, was er so verteilt. Achso, was ich hier noch machen sollte, ist ein Gateway angeben. Das heißt, wenn die Geräte nach draußen telefonieren wollen, auch wieder sagen, über welches Gerät denn. Und jetzt wird es schon komisch, weil, wenn ich jetzt anfange, diesen Router hier wieder anzugeben, mit der 192.168.10.1, dann ist das komisch an der Sache, dass diese IP-Adresse gar nicht im Netzwerk liegt. Das heißt, diese IP-Adresse liegt nicht mehr da, wo die Clients liegen. Man kann das trotzdem mal tun. So, das wäre jetzt mein DHCP-Server. Den verbinde ich jetzt. Und machen wir fast forward. Jetzt sind die gesynkt. Also Layer 1 Connection ist da. Ja, und jetzt habe ich das, was ich in der Realität niemals tun sollte. Ich schreibe es nochmal hier dazu. Der liefert jetzt auch DHCP. Aber in einem anderen Adressbereich, nämlich mit der L4. Das ist eine Situation, die in der Praxis gerne mal für völlige Probleme und völlige Desaster sorgt. Wir haben hier ein Netzwerk, was komplett auf Schicht 2 verbunden ist. Das heißt, dieser Switch versteht ja immer noch nichts von IP-Adressen. Und in diesem Netzwerk arbeiten gerade zwei DHCP-Server, die Adressen aus verschiedenen Netzen verteilen. Das ist insofern jetzt sehr kritisch, als dass, wenn ich hier ein Gerät andocke, dieses Gerät, ja, mehr oder weniger zufällig zugeordnet wird. Das heißt, ich würde hier jetzt zum Beispiel einen PC andocken, und das können wir jetzt mal machen. Ich nehme nochmal einen Rechner, setze den mal mit an den Switch dran. Und dieser Rechner soll jetzt ebenfalls per DHCP seine IP-Adresse beziehen. Das sage ich ihm hier noch. Sein Gateway soll er bitte per DHCP beziehen und er soll bitte auch seine IP-Adresse per DHCP beziehen. Er ist auf Layer 1 noch nicht gesynkt, also nochmal Fast Forward Time. Er ist gesynkt. So, und jetzt können wir mal gucken, ob er schon eine IP-Adresse hat. Die hat er jetzt. Und er hat jetzt als IP-Adresse die 112.168.11.10 bekommen. Das heißt, er hat von diesem Server eine IP-Adresse bekommen. Das Ganze können wir jetzt nochmal machen, mit einem anderen Rechner, den wieder rein docken, und dann kann es durchaus passieren, dass der plötzlich auch von diesem DHCP-Server eine Antwort bekommt und damit diesem Netz zugeordnet wird. Das heißt, wenn ich hier Rechner anschließe, die DHCP beziehen soll, dann ist völlig dem Zufall überlassen, wer hier eigentlich welchem Netz zugeordnet wird. Und das ist natürlich eine Situation, die ist gelinde gesagt für die Tonne und das will man sicherlich niemals. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man das wohl korrigieren kann. Klassischerweise würde man das so nicht bauen. Klassischerweise würde man folgendes machen. Man würde diese Netzwerke auf Schicht 3 direkt auftrennen. Das baue ich jetzt mal eben zusammen, dazu ein kurzer Cut. Ja, und das Ganze würde man entsprechend so dann aufbauen. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten Switch. Dieser zweite Switch würde jetzt quasi das rechte, separate Netzwerk, also diesen 11er-Bereich hier aufziehen, wobei man das jetzt wieder nicht falsch interpretieren darf. Der Switch versteht immer noch keine IP-Adressen. Aber man müsste die Switche quasi auftrennen, um die dann wieder mit einem Router zu verbinden. Dieser Router hätte jetzt im Wesentlichen zwei Aufgaben. Einmal den Traffic Richtung Internet hier raus zu befördern, also hier in die große weite Welt. Und gegebenenfalls, wenn man das dann hinterher wieder möchte, die beiden Subnetze untereinander zu verbinden. Topologisch sähe das Ganze jetzt entsprechend so aus. Wir bräuchten also einen zweiten Switch. Das ist jetzt nicht weiter kritisch. Achso, hier hängt noch eine IP-Adresse. Das ist die von diesem Interface. Auch dazu können wir noch eben was sagen. Dieses Router-Interface hätte jetzt entsprechend die 11.1. Das habe ich auch manuell konfiguriert. Können wir auch nochmal reingucken. Sicher ist sicher. Hier 11.1 ist das rechte Router-Interface. So, ja, zweiter Switch wird gebraucht. Da machst du nichts. Jetzt kann man sich fragen, ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, so ein Switch kostet jetzt nicht höllisch viel Geld. Das ist auch soweit richtig. Aber hier gibt es einen kleinen anderen Nachteil, und zwar so ein Flexibilitätsproblem. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass hier ist ein Unternehmensnetzwerk, beziehungsweise ein Ausschnitt eines Unternehmensnetzwerks. Und da hängen jetzt nicht drei Rechner dran, sondern hier sind vielleicht sogar Switche gestackt, also noch mehrere hintereinander gekettet. Und insgesamt hängen da, was weiß ich, wie viele, hundert PCs dran und das Ganze auf dieser Seite auch. Dann muss man sich jetzt vorstellen, dass irgendwo diese Geräte in Hardware rumstehen. Die sind dann üblicherweise in solchen riesen Serverschränken, beziehungsweise in so 19 Zoll Racks eingeschraubt, und dann kommen da haufenweise Cut-Leitungen an. Und das ist relativ unübersichtlich. Das Ganze ist insofern jetzt ein bisschen blöde, als dass ich, wenn ich mir mal so ein Großraumbüro vorstelle, ein bisschen Flexibilität verliere. Nämlich, was passiert, wenn, sage ich mal, der User des PC5, das ist irgend so ein Arbeitsplatz in so einem Büro, der hängt jetzt in dieser Abteilung hier, ist also im richtigen Netz, und jetzt wird er vom Chef reingerufen und kriegt gesagt, ja, du arbeitest jetzt nicht mehr in dieser Abteilung hier, sondern du arbeitest jetzt in dieser Abteilung hier. Dann habe ich als Admin die ehrenvolle Aufgabe, zu meinem Switch Rack zu laufen, den hier auszudocken und vielleicht das hier quasi in Hardware, nein, das will ich nicht, das hier in Hardware zu machen, also ihn hier einmal bitte abzudocken und stattdessen hier anzudocken. Das ist immer dann relativ unproblematisch, wenn die ganzen Sachen irgendwie zusammenstehen. Jetzt könnte man sich aber auch überlegen, dass vielleicht der Kanal von, oder die Leitung von diesem Rechner irgendwo in einem Raum ankommt und dieser entsprechende Switch da gar nicht steht. Das heißt, ich müsste mir jetzt überlegen, wie kriege ich den denn hier angedockt, denn in Hardware kommt der irgendwie an einer völlig anderen Stelle raus. Das ist eigentlich gar nicht so schön. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, das Ganze viel, viel einfacher zu gestalten, nämlich diese ganze Struktur hier aufzuheben. Das Ganze nennt sich VLAN und wird entsprechend in den nächsten Videos erwähnt. Und mit den VLANs haben wir jetzt die Möglichkeit, im Endeffekt nichts mehr an der Struktur des Netzes ändern zu müssen, wenn wir Rechner durch verschiedene Netze durchbefördern wollen. Und wir können auch DHCP-Server an einen Switch anschließen, mehrere davon, ohne dass wir irgendwelche Probleme haben. Das wird das Ergebnis unserer VLAN-Geschichte sein. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, jetzt in den nächsten paar Videos.